Endlich gibt's noch wieder einen Grund zu feiern in World of Warships. Oder doch nicht? Oder sogar erst recht? Wir gucken uns das alles ganz genau an. Dieses Update kommt um den 14.09.2023 und World of Warships wird 8 Jahre alt. Viel Spaß! Moin Seekräuter, Wohnzimmerkapitäne, liebe Kaname-Dieter, liebe Community, herzlich willkommen zu eurer Ausblickfolge zum Update 12.8, das Geburtstags-Update von World of Warships. Steht in den Startlöchern, wird im September dann losgehen. Und ich schätze halt, wie gesagt, um Mitte September ist die ganze Geschichte dann live. Wir haben jetzt die ersten Infos für euch. Lehnt euch also zurück, macht's euch gemütlich und lasst euch einfach mal komplett informieren mit den Infos, die es bis jetzt gibt. Wenn ihr solchen Content mögt und unterstützen möchtet, kostenlos, dann jetzt einen Daumen nach oben, da lassen wir einen Kanal kostenlos bei YouTube abonnieren. Gerne auch weiterempfehlen, würde mir persönlich und diesem Kanal sehr helfen. Vielen Dank an der Stelle und jetzt wollen wir mal schauen, was Wargaming hier für uns parat hat. Die erste Änderung, die erste Neuigkeit seht ihr quasi schon. Es wird das Designerbüro überarbeitet, ist ein Hafen im Spiel. Und für diese Jubiläum, was wir jetzt feiern, nämlich acht Jahre World of Warships, gibt's eben jetzt hier dann so, ja, 80er-Jahre-Style, ne? Gucken wir hier mal so ein bisschen durch, wie das aussieht. Verschiedene Perspektiven haben sie uns hier jetzt dargestellt. Hier auch die Funkerecke sozusagen. Hier nochmal eine andere Perspektive. Ja, und es gibt natürlich, das ist jetzt die gute Nachricht, wieder, auch wieder das Schneeflocken-Event. Also wir können wieder Schneeflocken von unseren Schiffen runterpusten, indem wir eine gewisse Gefechtsleistung bringen. Wir können auch wieder mehrere Schneeflocken auf einmal runterpusten, wenn wir besonders gute Gefechte haben. Also diese Base XP-Einteilung, 300 Base XP und so weiter und so weiter. Umso mehr Base XP wir holen, desto mehr Schneeflocken können wir runterfahren. Für diese Schneeflocken gibt es die ähnlichen Belohnungen wie in der Vergangenheit. Denn auch im Update 11.8 vor einem Jahr und vor zwei Jahren zum Beispiel gab's immer, ja, Festivitätsmarken, mit denen wir dann in der Waffenkammer einkaufen konnten. Ja, der eine oder andere denkt jetzt vielleicht, ey, da gab's doch immer Kohle und gab's immer Stahl. Nicht verwechseln mit dem Weihnachtsevent. Denn das Weihnachtsevent, das war immer auf Stahl und Ressourcen ausgelegt. Das Geburtstagsevent, das war immer auf so eine Marken oder häufig auf so eine Marken ausgelegt. Wo man dann in der Waffenkammer bestimmte Sachen für freischalten konnte. Also, wir blasen jetzt so eine Schneeflocke von einem Schiff runter. Für ein T5- bis T7-Schiff erhalten wir je Schiff dann 30 festliche Token, wenn wir mit dem Schiff eben die Gefechtsleistung gebracht haben. Dann für T8- und T9-Schiffe 75, für T10 200 und für Superschiffe 300 festliche Marken. Und ihr seht's ja hier schon, wie die ganze Geschichte maximal machbar ist. Wenn wir alle Schiffe durchfarmen, erhalten wir 45.730 von diesen Marken und können dafür Preise ausgeben, die in der Waffenkammer ja frei verfügbar sind. Also, es gibt wieder Supercontainer. Einmal die rabattierte Variante und einmal gibt's die Standardpreisvariante. Also in Summe 80 Supercontainer, die wir freischalten können. Ich weiß, wir als alte Hasen sind jetzt nicht mehr so super drauf bei den Supercontainern, weil sie halt vor einiger Zeit genervt wurden. Aber für alle Spieler, die jetzt vielleicht mittellang oder erst kurzfristig dabei sind, es ist halt immer noch eine tolle Möglichkeit, Ingame-Gegenstände zu bekommen, wie Schiffe oder eben Bonuspakete und so eine ganze Geschichte, die einen auf jeden Fall weiterbringen. Dann, die Bayard ist natürlich ein Premium-Schiff auf der Stufe 8. Für die Franzosen können wir freischalten. Wenn wir die schon haben, können wir andere Premium-Schiffe freischalten, die ich euch gerade einblende. Das gilt genauso für den 50%-Rabatt-Coupon, den wir freischalten können. Auch dafür können wir halt diese Schiffe, die ich euch einblende, dann rabattiert kaufen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, eine Zitentarnung, eine Retro-Zitentarnung freizuschalten. Wenn man die nicht haben möchte, ist das auch vollkommen okay. Einfach aufheben, diese Marken. Und wir können diese Marken nämlich auch einsetzen für diese Container, die ich euch jetzt hier gerade zeige. In diesen Containern können drin sein, ein permanentes Bonus-Paket auf der Stufe 8 oder eben permanente Boni-Pakete für die Stufe 5 bis 7. Dropchance für die 8er 5%, für die niedrigeren Stufen 45%. Und wenn wir das alles nicht da drin haben, dann finden wir da permanente Tarnungen drin, die angelehnt sind quasi an den Style vom 7. und dem 6. Geburtstag. Und wenn man diese ganzen Tarnungen eben auch schon hat, dann gibt es 10.000 Kohle. Also auch da ist ein bisschen was an Belohnung dann mit dabei. Prinzipiell kann man auf jeden Fall sagen, dass World of Warships damit das Spektrum ein bisschen wieder vergrößert, dass auch Spieler, die vielleicht jetzt noch kein T11- oder T10-Schiff haben, Zugriff zu besonderen Belohnungen erhalten werden. Natürlich kann man auch ganz klar sagen, Supercontainer sind entwertet worden. Sie limitieren auch die maximale Erhaltbarkeit von Supercontainern, indem sie sagen, maximal 80 sind überhaupt möglich. Sie begründen das mit der veränderten Ökonomie in World of Warships und solche Sachen. Ja, ihr wisst, wie ich zu den Supercontainer-Änderungen stehe. Ich persönlich finde es schon schade, dass sie sowieso stark ändern. Sie hätten sie ja auch seltener machen können, die Container. Aber nee, wir wollen lieber mehr Container im Spiel haben, die dann aber weniger wertvolle Inhalte droppen. Am Ende muss man aber auch wieder ehrlich sein, wenn man mal mit beiden Füßen auf dem Boden landet. Ey, es ist einfach zusätzlicher Inhalt im Spiel, den wir einfach so bekommen durch Spielen. Also, das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon machen mit World of Warships. Und wir können uns jetzt mit den zusätzlichen Marken zusätzliche Belohnungen freischalten. Und wenn man das aus der Perspektive sieht, ist das, glaube ich, auch alles ein bisschen anders und auch ein bisschen harmloser als das, was jetzt teilweise dann auch draus gemacht wird. Ich möchte das einfach mal erwähnen. Ja, es gab Veränderungen. Ich persönlich finde die Veränderungen auch nicht alle super. Ich finde es aber gut, dass jetzt auch sehr viel mehr Spieler, auch gerade junge Spieler zu, also neue Spieler in World of Warships, Zugriff zu solchen Belohnungen und auch hochwertigen Belohnungen erhalten können. Und ja, alles Weitere werden wir dann sehen. Feedback ist natürlich wie immer erwünscht über ihren Discord-Server natürlich. Das Forum haben sie ja geschlossen. Ja, das ist nun mal sehr, sehr schade. Auch da wieder gibt es den Daumen nach unten für Forum schließen. Aber ist eben so, aus meiner persönlichen Sicht zumindest. Müssen wir jetzt mit umgehen. Wir gucken mal weiter, was es hier noch so gibt. Also, weitere Inhalte hier zum Beispiel sind dann Kapitäne mit speziellem Voice-Over angelehnt an Back to the Future. Hier der Marty und hier der Professor. Was der Militärfuzzi dazwischen zu suchen hat, ist mir jetzt nicht ganz klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da was Genaues wisst. Dann gibt es Aufnäher. Es gibt Andenken-Flaggen. Es gibt dann Karl-Johan, der 14., der hier mit am Start ist. Der wird nämlich in Update 12.8 mit ins Spiel reinkommen als Premium-Schiff. Ich vermute, es wird ein Event darum hergeben. Irgendwie, weil, ja, wenn sie es jetzt schon so früh ankündigen, dass ein Premium-Schiff kommt, das machen sie ja normalerweise immer ein bisschen knapper, dann ist da irgendwie noch irgendwas Besonderes aus meiner Sicht dann mit dabei. Ja, und dann haben wir eine weitere Geschichte, und zwar diese hier. Das Luftschiff-Gefecht, oder, naja, wie sagen wir, Luftschiff-Eskorte hieß es. In dem Jahresanfangs-Update war die Luftschiff-Eskorte wieder mit dabei. Das Feedback dazu war positiv. Sie haben ja einige Änderungen Anfang des Jahres schon herbeigeführt. Sie werden jetzt auch in Update 12.8 wieder Änderungen machen. Erste große Änderung ist, die Luftschiff-Eskorte wird kein separater Gefechtsmodus mehr sein, sondern World of Warships wird die Luftschiff-Eskorte jetzt integrieren in die Zufallsgefechte. Das heißt also, es ist ein zufälliger Modus, genauso wie Wettrüsten ein zufälliger Modus ist, den wir dann da haben werden. Und die Luftschiff-Routen wurden auf den Karten ein bisschen angepasst. Die Spawn-Punkte wurden überarbeitet. Und auch die Benutzeroberfläche wurde, ja, aktualisiert, sodass noch mal ein bisschen besser zu verstehen ist, wie schnell ist das Luftschiff unterwegs. Bin ich jetzt gerade dabei und booste diese Luftschiff oder bin ich da nicht dabei? Also in den ganzen Geschichten sind da jetzt auf jeden Fall mit aufgenommen worden. Und in Update 12.8 können wir das dann zufällig halt mit erhalten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr feiert, dass die Luftschiff-Eskorte jetzt mit dabei ist oder ob ihr jemand seid, der sagt, nee, ich könnte mir das lieber als separaten Gefechtsmodus weiter gewünscht oder Luftschiff-Eskorte hätten sie auch streichen können. Bin sehr gespannt, was da so eure Meinung ist. Wargaming wird natürlich diesen Gefechtsmodus wieder beobachten, wie die ersten Erfahrungen so sind in dem Zufalls-Gefechtsmodus. Die Drop-Chance, also wie häufig dieser Gefechtsmodus dann droppt und so weiter, der kann angepasst werden, Karten können reduziert werden. All so eine ganze Geschichte behalten sich vor. Also sollten wir auf jeden Fall Feedback geben, wenn uns irgendetwas auffällt. Eine weitere Sache, die Sie noch anpassen aufgrund von Feedback, ist die Kopfgeldjagd. Die war ja zuletzt zu Weihnachten 2022, respektive Januar 2023 im Game drinne. Und ja, da gab es ein paar coole Ansätze vielleicht, aber es war noch nicht ausgereift. Sie machen jetzt ein paar weitere Schritte. Und zwar updaten sie einmal die Benutzeroberfläche, sodass deutlicher zu sehen ist, wer ist eigentlich Kopfgeldjäger und wer ist eigentlich Jäger und solche ganzen Geschichten. Außerdem wurden Erfolge hinzugefügt, wie zum Beispiel mit vorgehaltener Waffe, Gewinn und Überlebe, fünf Gefechte als Bounty-Schiff und ein paar andere Sachen noch dazu. Schaut da gerne in den DevBlog, verlinkt euch unten mit rein. Das macht die ganze Geschichte und dann auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke spannender. Neu dazu kommen aber auch Signale, aber nicht neue Signale, sondern die Art und Weise, wie wir Signale bekommen. Als nächstes gibt es was Neues zu den Signalen zu berichten, denn in Zukunft kann man mit dem Update 12.8 auch einzelne Signale einzeln nachkaufen, indem man dann einfach hier 48.000 Kräder zum Beispiel für dieses Signal hier ausgibt. Ob man das jetzt so machen möchte oder nicht, ist dahingestellt. Allerdings ist es halt jetzt eine neue Option, die es in der Vergangenheit so in World of Warships noch nicht gab, zumindest in der jungen Vergangenheit, seitdem die Ökonomie so geändert wurde. Und jetzt kommen wir zu den neuen Inhalten in World of Warships mit dem Update 12.8. Natürlich wird es wieder Flaggen und Aufnäher geben, das kennen wir ja mehr oder weniger schon. Dazu kommen aber auch drei Kommandanten, die dann angelehnt sind an der chinesischen Literatur und inspiriert sind vom Roman Der Drei Königreiche. Da ist dann auch die Mechong-Flagge und die Lushan-Flagge mit dabei. Wird halt besonders für den asiatischen Bereich wahrscheinlich sein. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch was sagt. Schreibt es mir gerne auch da natürlich in die Kommentare rein. Hier gibt es dann die Aegir in dem besonderen Kleid sozusagen, in der besonderen Optik, die Mengshong. In dem Sinn ist es wirklich hier nur die besondere Optik, weil die Aegir bereits ein Premium-Schiff in World of Warships ist. Bei dem zweiten Schiff, der Lushan, da handelt es sich um die Laien aus dem Forschungsbaum der britischen Schlachtschiffe. Und die ist natürlich keine Premium-Variante. Jetzt wird es hier eine Premium-Variante. Also gibt es dann tatsächlich diese Vorteile, dass man mal ausfrei den Kapitän umziehen kann, weniger Wartungskosten hat, mehr Credits im Gefecht verdient. So eine ganze Geschichte. Das würde dann hier zum Tragen kommen, bei der Aegir-Variante eben nicht. Die Schiffe sind wie gesagt so weit deckungsgleich mit den Schiffen, die wir bereits im Spiel haben. Also Laien und eben der Aegir. Weiter geht es dann noch mit besonderen Kommandanten für die Briten, für die UdSSR und für Deutschland. Was genau das damit auf sich hat, ist natürlich jetzt auch noch nicht hundertprozentig klar. Aber es kommen noch Optiken rein, beziehungsweise eigentlich ein neues Schiff. Denn die Scarlet Thunder, die ist zwar optisch der Duncan sehr ähnlich, hat aber andere Eigenschaften, wie zum Beispiel 32mm-Panzer und nicht die 25 der Duncan. Das heißt, dieses Schiff ist stabiler gepanzert. Dafür verzichtet dieses Schiff auf Torpedos. Er verzichtet auf den Motorboost. Aber wir haben eben eine höhere Geschützreichweite und eine kürzere Nachleizeit und stärkerer Alpha-Damage von den HE-Granaten. Also da gibt es schon so ein paar Unterschiede. Und die Scarlet Thunder kommt dann hier mit der ganz besonderen Tarnung, die so ein bisschen an so eine Hovercraft erinnert, finde ich persönlich zumindest. Und so eine ähnliche Tarnung gibt es dann auch noch für die Delny und auch hier für die Preußen. Also ich persönlich finde die Tarnung jetzt gar nicht so unspannend. Ja, ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, passt jetzt vielleicht nicht so gut ins Szenario Erster, Zweiter Weltkrieg. Aber ist okay, kann ich mich mit anfreunden. Jetzt bin ich gespannt, Leute, denn wir sind am Ende des Videos angekommen. Was feiert ihr? Was feiert ihr vielleicht weniger? Schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare rein. Ich hoffe, ihr konntet euch wieder ausführlich informieren und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, was sich in World of Warships in einer nahen Zeit tut. Wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt für diesen Content hier, Daumen nach oben da lassen, Kanal kostenlos abonnieren, Glocke drücken, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Wenn ihr sogar über mehr nachdenkt als den kostenlosen Support, denkt mal über eine Kanalmitgliedschaft hier bei uns nach. Da habt ihr dann auch noch den Vorteil davon, dass ihr zum Beispiel viele Videos oder zumindest einige Videos werbefrei im Vorabzugang schon sehen könnt, bevor die offiziell released werden. Als kleines zusätzliches Dankeschön. An der Stelle vielen, vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Sigrods Team, euer Andi. Ciao, ciao. Vielen Dank.